Hallo und herzlich willkommen zu den neuen Mystery Boostern von Lotticards. Und wir haben heute für euch 100 Booster anstatt 150, dass diese diesmal schneller verkauft werden und ihr schneller eure Karten auch bekommt, die ihr bestellt habt. Wir haben das Ganze natürlich trotzdem fair aufgeteilt. Es sind 34 Ultra Rares vertreten und 66 Holo Pulse. Das heißt, ihr habt immer noch in jedem dritten Pack ungefähr, sogar ein bisschen mehr als in jedem dritten Pack eine Ultra Rare. Und genau, hier seht ihr wieder alle Pulse, alle Holos. Gleiches Spiel wie immer, ihr könnt sie auf unserer Seite bestellen. Link dazu ist in der Beschreibung. Und diese Booster werden an euch versendet, wenn alle verkauft wurden oder zum 1.10. Dann erhaltet ihr diese alle und wir würden wieder unter allen Leuten, die ein Video dazu erstellen, ein Mystery Booster verlosen. Allerdings brauchen wir mindestens 2-3 Teilnehmer. Dieses Mal gab es nämlich leider nur einen Teilnehmer, der mitgemacht hat. Und dementsprechend sind halt alle leer ausgegangen, sag ich mal. Wenn da trotzdem noch Videos kommen sollten, schicken wir euch natürlich noch nachträglich die Mystery Booster zu. Jedes Looster kostet wie immer 4,99 Euro. Und von den Ultra Rares und den Holos seht ihr genau, was hier drin sein wird. Es wird keine andere Karte verpackt. Und hier zum Schluss des Videos seht ihr natürlich nochmal, wie wir alles für euch verpacken, durchmischen und von diesem Pool kriegt ihr dann eure Packs gezogen. Dann würde ich sagen, bestellt mal fleißig und viel Glück beim Aufmachen. Lasst uns mindestens wissen, was ihr gezogen habt unter diesem Video oder filmt sogar selber ein Opening, das wir jetzt sehen können. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen und wünschen euch noch einen schönen September. Macht's gut, euer Dio von Lottikarts. Möre Dio Bombs Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020